Hey, hoi zusammen und herzlich willkommen zurück auf dem Minecraft-Server. Ich bin wieder auf dem Gomez-Server zurück. Könnt ihr gerade nicht sehen, weil ich mich in einem Dingsbums befinde. Hier bei dem Rage-Mode, weil ich das gleich spielen möchte. Allerdings, wo ist die denn hin? Ah, da oben. Die liebe Kissenschlacht-LP, die hier gerade nicht still sitzen will, da oben. Die hat, wow, ist Moderator auf diesem Server und hat mir gerade netterweise mal erklärt, hier in dem Chat, wie ich auf die Premium-Lobby komme. Angefangen hat das Ganze mit meinen Katzenohren, die eigentlich Hundeohren sind, aber ist egal. Weißt du schon, wie du in die Premium-Lobby kannst? Und dann schrieb sie, join nun über diese IP, premium.gommahd.net. Also, wenn ihr Premium auf diesem Server seid, und da hat Vorteil, das Ganze eher gut, steht auch da, lol, egal. Ja, wenn ihr Premium-User seid auf diesem... Ja, ich muss das gleich nochmal neu starten, weil die Sounds sind irgendwie immer etwas dezent verbuggt, wenn ich vielleicht später starte, als ich Minecraft starte, sozusagen. Für den Fall, dass ihr Premium auf diesem Server seid, könnt ihr über diese IP nun dann halt auch die ganzen Premium-Vorteile nutzen. Ich werde das gleich auch auf jeden Fall mal versuchen. Und vorher würde ich jetzt dann aber sagen, starte ich das Ganze einfach noch erst noch einmal neu. Ups, plomb. Und ja, dann sehen wir uns gleich. Hoffentlich auf der Premium-Lobby. Bis dann. So, willkommen zurück. Das ging relativ schnell und ich bin wieder genau da, wo ich gerade eben auch war. Allerdings mit weniger, beziehungsweise mit gar keinen Spielern gerade im Moment. Und zwar liegt das daran, dass ich jetzt tatsächlich mit dieser anderen ID hier auf diesem Server drauf bin und, tadaa, hier auch den Premium-Bereich habe. Ich erkenne ihn gerade auch wieder, wenn ich ehrlich bin. Und zwar, wer von Ungespielt und Herr Bergmann die YouTube-Schule gesehen hat, der müsste aus der ersten Folge noch diesen Bereich kennen. Ich sehe jetzt allerdings leider nicht ganz so viel wie die beiden. Und ja, sieht eigentlich wirklich ziemlich hübsch aus hier. Allerdings muss ich mich mal hier kurz, ich gucke mich mal ganz kurz hier um. Meine Break. Ach ja, das ist dieses, äh, das ist momentan, wenn ihr euch hier, ach, steht ja da oben. Kleinen Moment. Hier oben, über diesem lila Balken steht Meine Break Premium-Beta. Also das ist quasi so ein Spiel, was sich noch in der Beta befindet. Vielleicht schaue ich da auch mal rein. Aber nur so quasi als, ähm, Gag nebenher. Ja, jetzt würde ich ganz gerne hier, äh, Rage-Mode ausprobieren. Und dann würde ich sagen, suchen wir uns eine Map aus und werden darauf dann eine Runde Rage-Mode spielen. Äh, bis gleich. So, da befinden wir uns in der Lobby. Das Spiel geht in 10 Sekunden los. Und hier kann man ganz kurz einen Blick auf meine Statistik werfen. Ich habe bis jetzt zwei Spiele gespielt. Äh, ich finde meine Statistik ist relativ ausgeglichen. 21 Spiele gespielt, 21, äh, Quatsch. 21 Tode, 21 Kills. Nenne ich mal ordentlich. So, ich hoffe, das Ganze funktioniert jetzt halbwegs, so wie ich es mir vorgestellt habe. Komm schon, komm schon. Wow, oh Gott, die Sounds sind überlaut. Ich hoffe, man versteht mich irgendwie. Oh, nein, oh mein Gott. Ich wurde da gemessert. No. Stirb. Stirb. Du sollst verdammt nochmal sterben. Gebt doch. Mann. Stirb. Danke. Komm schon, komm schon. Da ist so langsam mitgezogen im Bogen. Das ist so ätzend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm schon, du triffst mich nicht. Du triffst mich nicht. Jawohl. Oh, oh, nein, 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 nein. Lauf, 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 lauf. Nein. Ah. Jawohl. Oh mein Gott, das ist eine gute Runde. Das ist eine sehr schöne... Nein, oh mein Gott, jetzt bin er... Ah, scheiße. Oh, ja, wenn man von falsch spricht. Stirb. Wow. Hi, du da. Stirb. Hey, Tobi. Nein, Tobi, du sollst sterben. Ach, verdammt, Tobi will nicht sterben. Warum will Tobi nicht sterben? Er kann mir doch diesen Gefallen tun, oder nicht? Nein, nein. Oh, Riker. Holy shit, ich hab Riker getötet. Nein, Commander Riker. Aber der hat einen mega genialen Skin, wirklich. Mega genial, der Skin. Nein. Stirb. Stirb doch. Nein. Oh, ohne Witz. Was war das denn? Riker. Evil irgendwas. Wie heißt der? Evil Guard 1. Sehr genial was geben, wirklich. Sehr, sehr genial. Ich bin für den. Ich hör nichts mehr. Es ist so still, ich wollt schon sagen. Ich will dem am liebsten immer sterben, aber irgendwie trau ich mich gerade nicht, weil es ist so viel los. Hi. Stirb. Hallo? Boah, wenn ich direkt vor denen stehe, traf ich den nicht. Was ist das für ein Scheiß? Komm her. Tobi. Tobi, dich wollte ich doch gerade schon mal erwischen. Stirb. Jawohl. Wo ist Tobi? Nein. Mann, scheiße. Da, Tobi. Oh, ist das denn wahr? Ohne Witz, ich will jetzt Tobi erwischen. Komm her, Tobi. Nein, du bist nicht Tobi, aber ist mir egal. Stirb. Scheiße, Mann. Nein. Meine Statistik ist voll für einen Arsch, aber das ist mir gerade egal. Das macht Spaß. Was war das? Oh, hi. Was? Der rennt um mir vorbei? Einfach so? Ohne mich zu beachten, Mann. Stirb. Nein. Scheiße. Das hab ich noch nicht mal getroffen, Mann. Was kann ich eigentlich? Da, stirb. Danke. So, wo ist jetzt Tobi? Verdammte Scheiße, ich will Tobi töten. Hä? Warum kann man hier hoch? Hat das irgendeinen Sinn? Oh, Platz 3. Nah, Evil Guard. Ist das im ersten Platz? Riker. Wow. Au, 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 au. Nein, nein, nein. Aua, aua. Hilfe, aua. Scheiße. Oh, jetzt geht's ab. Da unten ist Tobi. Tobi. Tobi, ich krieg dich. Komm, stopp. Nein. Ah, Mist. Das war meiner. Den wollte ich haben. Da hat mir jemand meinen Kehl geklaut. Autsch. Danke. Da unten. Da ist noch einer. Den hole ich auch noch. Nein. Stirb. Jetzt stirb schon. Danke. Ha. Holy. Oh, no. Ungelehm. Tobi. Tobi, ich will dich für nächstes einmal töten. Tobi. Mann, ohne Witz. Was ist das? Tobi. Tobi. Ich hab, ich hab. Ah. Ich krieg Tobi. Was ist denn das? Oh, ohne Witz. Ich will Tobi einmal treffen. Ich hab keine Ahnung, warum. Ich hab mir das jetzt als Ziel gesetzt. Ich will einmal Tobi treffen. Das ist mein Ziel für dieses Spiel. Nein. Gedemütigt. Oh, mein Gott. Komm her. Danke. Was hast du jetzt davon? Ich werde nicht gedemütigt. Danke. Okay. Ah, du auch? Komm her. Oh. No. 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 Da hinten. Hi. Tobi. Da vorne ist Tobi. Tobi. Nein, der hat mir meinen Evil Guard. Ich hoffe wirklich, man versteht mich. Ich find die Runde echt genial gerade. Evil Guard. Nein. Du bist nicht Evil Guard. Ist mir aber egal. Stirb dauer. Ah, shit. Ich hab dich noch mit in den Tod gerissen. Shit. Uh. Da oben ist irgendein... Ah, Tobi. Oh, Gott. Von Tobi gedemütigt. Evil Guard. Oh, mein Gott. Oh. Tobi, dritter Platz. Evil Guard, zweiter, erster Platz. Mit 1015 Punkten willst du mich verarschen. Aber meine Statistik ist eigentlich ganz gut. Ach, Evil Hackt so einen Blödsinn. Ich hab den ganz oft getötet. Der hackt nicht. War aber eine sehr, sehr geniale Runde, muss ich echt sagen. Ich hatte Evil Guard sehr gerne noch geschrieben, dass ich seinen Skin sehr genial fand. Ist der eigentlich hier? Ist der in der Lobby gerade so? Hier, da, so? War ja ein Premium. Ich weiß es gar nicht. Seht ihr ihn? Ich sehe ihn leider nicht. Kissenschlacht ist immer noch da. Oder wieder. Keine Ahnung. Schade, ich sehe ihn nicht. Die Fussel. Ist auch ein cooler Name. Ja, okay, soviel zur ersten Runde. Ich glaube, die war nicht relativ, die war nicht wirklich lang. Ich hänge mal wieder noch eine zweite dran, würde ich sagen, oder? Ja. Ich gucke auch erst mal, ob man mich überhaupt gehört hat in dem ganzen Rumgewuschel und Rumgespränge. Wenn dem nicht der Fall sein sollte, muss ich halt die ganze Sound ein bisschen leiser stellen und so. Und na. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich. Hey hoi zusammen und willkommen in der zweiten Runde. Hoppala. Oh, da ist mal eine fünste Ecke, in der ich hier gelandet bin. Ich habe gerade schon mal eine Runde aufgenommen, die aber zum einen nicht ganz so gut gelaufen ist und zum anderen habe ich da Hintergrundmusik reingepackt, aber nicht bedacht, dass ich da eventuell so Copyright-mäßig da Probleme bewegen könnte. Deshalb dieses Mal noch eine Runde leider ohne Hintergrundmusik, aber dafür vielleicht eine, die etwas besser läuft. Sehen wir dann jetzt gleich. Wo ist der? Hier ist doch irgendwer. Ich sehe nicht. Ah, ich höre. Ich höre eine Menge. Irgendwie sehe ich nichts. Hö. Da hinten. Mist. Oh mein Gott. Da. Stirb. Nein, du sollst sterben. Danke. Da hinten. Oh no. Ja, hier oben ist eine echt gute Position. Wow. Okay, eine echt gute, um zu sterben. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Nein. Da unten ist noch einer. Da hinten. Da. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Der hätte mich fast erwischt. Uh, der hätte mich fast erwischt. Hi. Und tschüss. Ja. Oh mein Gott. Das war knapp. Das war verdammt knapp. Und. Ich höre nichts mehr. Jawoll. Uh, Baby. Vielleicht erwische ich jetzt auch endlich mal ein mit dem... Oh mein Gott. Oh, ich erschrecke mich jedes Mal, wenn die mich so töten, ey. Nicht stehen bleiben, Leute. Nicht stehen bleiben. Nein. Oh, wow. Wo ist die denn denn geflogen, Mann? Die habe ich doch gerade ausgeworfen, verdammt. Gerade ausgeworfen und schräg ist sie geflogen, ey. Was ist das denn für ein Scheiß? Wow. Nix da. Stirb. 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 Nein. 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 Oh mein Gott. Ich habe ihn erwischt. Huh. Ich glaube aber, das war mehr Glück als können gerade. Oh, Mann. Stirb. Nein. Oh, verdammt. Da hat er mich mit der verdammten Axt erwischt. No. Ich habe auch gemerkt, dass ich gerade bei weitem nicht so viel geredet habe, wie in der vorherigen Runde. Wahrscheinlich mitunter dadurch begründet, dass ich diese Hintergrundmusik eingespielt hatte und deshalb es nicht für nötig befunden habe, viel zu reden. Würdest du bitte endlich... Oh mein Gott. Nein. Nein. Au. Oh. Ui. Schwenk gehabt. Ah. Ich muss hier unten raus. Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Ah. Ich muss mich verstecken. Sie sind hinter mir her. Wie viele Pfeile der Typ in sich stecken hatte. Das war ja mal genial. Okay. 130 Punkte. Ich bin eigentlich gar nicht so schlecht bei der Sache hier, muss ich sagen. Gar nicht so übel. Oh Mist, der war schon tot. Komm. Oh nein. Mann, die sterben ja mal, bevor ich sie erwischen kann. Hi. Komm. Stirb. Oh. Ich bin zu blöd zum Treffen. Ach. Komm schon. Ist hier nicht irgendwo einer in der Nähe, der nicht so ein bisschen so demütigen kann? Vielleicht. Komm schon. Da oben hängt einer rum. Ach. Ich muss gerade zugeben, ich habe so ein bisschen Schiss, ja. Ne? So ein bisschen so. Oh. Okay, ich muss zugeben, der hat mich nicht gut erwischt. Wow. Ah. Ah. Der ist schon wieder. Der trifft mich aber auch jedes Mal hier. Da. Stirb. Du sollst... Nein. Mann. Komm schon. Jetzt. Ah. Geschafft. Okay. 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 Ich bin gut dabei. Ich bin gut dabei. Komm schon. Das wäre geil, wenn ich diese Runde jetzt tatsächlich noch gewinnen könnte. Oh. Wäre das gut. Wow. Scheiße. Mist. Den habe ich nicht mehr erwischt. Oh. Das wäre so schön. Oh. Das wäre so schön gewesen. Oh mein Gott. Wo sind sie alle? Wo sind sie? Es ist so still. Es ist verdächtig still. Nein. Jetzt kommt schon. Oh. Verdammter Hackje. Aber ich bin... Ich bin... Zweiter Platz. Okay. Einen muss ich noch überholen. Aber der hat 400 Punkte. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe. Aber zweiter Platz wäre natürlich auch schon mal sehr genial. Wäre ich auf jeden Fall auch zufrieden mit. Zweiter Platz ist immer noch besser als gar keiner. Also was heißt als gar keiner? Aber ich finde es immer noch besser als der dritte Platz von unten oder so. Da unten ist noch einer. Ach. Scheiße. Danke. Ich bin... Ich bin voll löslich heute. Ich bedanke mich wenigstens immer bei den Leuten, die für mich sterben. So. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. Würdest du da hinten bitte sterben? Danke. Danke. Hu. Raid Board. 15 zu 7. Halleluja. So eine gute Statistik hatte ich ja noch nie. Ist der Wahnsinn. 3er-Killstreak. Das kann ich auch. Oh. Oh. Leute. Macht euch nicht unglücklich. Macht euch nicht unglücklich, indem ihr mich tötet. Das wäre nicht schön. Das macht mich nämlich auch traurig. Da hinten. Du willst mich nicht demütigen. Nein, der hat's geschafft. Oh mein Gott, der hat's geschafft. Verdammte Scheiße. Ah, zweiter Platz. Okay, die 700 Punkte hätte ich wirklich nicht mehr schaffen können. Aber Leute, zweiter Platz. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Doch, bin ich zufrieden mit. Ist auf jeden Fall sehr gut gelaufen. Ja, doch, doch. Das ist so. Das kann man sich gefallen lassen. Hallo. Kissenschlacht LP. Ja, ja. Server restarting. Moment mal, ist deswegen das Spiel jetzt gerade vorbei gewesen? Oder? Nee, oder? Ach, keine Ahnung. Jedenfalls würde ich sagen, dann bedanke ich mich bei euch schon mal fürs Zusehen. Und ja, das war dann meine Runde Rage Mode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn ich ziemlich in Rage war. Dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Seht auch mal unten in die Videobeschreibung. Da sind unter anderem die Server drin, auf denen ich eventuell noch spielen werde und die, auf denen ich schon gespielt habe. Ich packe auch die Server-IDs unten mal rein. Unter anderem auch den für hier, diesen Promi-Bereich. Und ja, dann möchte ich nur noch eins gesagt haben. Und zwar, tut mir bitte einen Gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das Video überhaupt noch bis hierhin seht, aber ich hoffe es auf jeden Fall. Und bitte tut mir den Gefallen und schreibt mir nicht immer unten in die Kommentare. Ja, hi, cooles Video. Schau doch mal auf meinem Kanal vorbei. Ich habe mittlerweile bestimmt gefühlte 20 Kommentare unter meinen Videos, wo nur sowas drinsteht. Und ich kann es echt langsam nicht mehr hören und sehen. Das ist so... Ich muss sagen, es geht mir so ein bisschen auf die Nerven. Und ich habe auch wirklich... Ich bekomme noch nicht sehr viele Kommentare. Ich habe das auch in meinem letzten Video schon gesagt. Ich bekomme noch nicht so furchtbar viele Kommentare. Und ich schaue auch wirklich ganz gerne auf jedem Kanal vorbei, der da unten kommentiert. Ich schaue sowieso bei jedem vorbei. Auch immer, um zu gucken, wer das so ist und was er so für Videos macht. Und ich beantworte auch grundsätzlich jeden Kommentar. Aber es bringt mir und auch euch überhaupt nichts. Wenn ihr jedes Mal da unten reinschreibt, schaut doch mal auf meinem Kanal vorbei. Zum einen werden diese Videos automatisch von YouTube als Spam markiert. Das heißt, ich muss erst mal dafür sorgen, dass man eure Kommentare überhaupt sieht. Und das ist für mich schon immer ziemlich nervig. Und zum anderen muss ich dann halt auch jedes Mal... Also ich lese quasi immer dasselbe. Und das nervt mich einfach mittlerweile so ein bisschen. Deswegen tut mir einfach bitte den Gefallen, wenn ihr irgendwelche Kritik an meinen Videos habt. Wenn ihr irgendwie sagt, ja, das fand ich cool. Das könnt ihr mir gerne da unten reinschreiben. Oder auch wenn ihr irgendwie Kritik habt, die schlecht ist. Wenn ihr irgendwas gefunden habt, was euch nicht gefallen hat, könnt ihr das auch gerne da unten reinschreiben. Ich bin für jede Kritik offen und ich lese gerne eure Kommentare. Aber wenn ich nur da drunter geschrieben bekomme, ja, cooles Video, schau mal auf meinem Kanal vorbei. Wir können hier vielleicht mal zusammen zocken. Das sind so Kommentare, die sind meiner Meinung nach unnötig. Klar bekomme ich gerne gesagt, dass meine Videos toll sind, dass euch die gefallen. Aber wirklich immer nur dasselbe zu lesen, das ist irgendwann echt, echt nervig. Und ich habe auch mittlerweile das Gefühl, dass die Leute dann unter meinen Videos nicht kommentieren, weil sie meine Videos gut finden, sondern einfach nur, weil sie gerne Werbung machen möchten. Und das möchte ich gerne vermeiden. Versteht ihr? Es ist nicht böse gemeint. Wirklich nicht. Ich bekomme, wie gesagt, sehr gerne Kommentare und ich beantworte auch jeden Einzelnen. Aber so langsam, es muss auch irgendwann mal ein Ende haben mit der dämlichen Spamerei und mit der Werbung auf meinem Kanal. Das ist sowieso, das sieht wahrscheinlich sowieso keiner. Von daher tut mir einfach den Gefallen und schreibt nicht ständig da unten rein. Schau mal auf meinem Kanal vorbei. Es ist einfach nervig. Es bringt euch nichts, es bringt mir nichts. Und ja, bitte wirklich, es ist nicht böse gemeint, aber tut mir einfach den Gefallen. Ansonsten vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt bis hierhin, falls ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe es auf jeden Fall sehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall, jetzt bin ich gerade sehr angetan hier von diesem Jump'n' On. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend oder Tag oder Wochenende, was auch immer, wann ihr dieses Video halt seht. Und vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.